Rundfunkgebühren der GIS Das Einsparpotenzial bei den Rundfunkgebühren ist groß und betrifft auch die breite Masse in Österreich. Darum hier allgemeine Infos zur Meldepflicht, wie trotz Meldung eine Gebührenbefreiung möglich ist und wie Medienkonsum ohne Meldung funktionieren kann. Zur Meldepflicht Rundfunkmeldungen sind nichts Neues, es gibt sie leider schon seit fast 100 Jahren in Österreich. Sie sind zu bezahlen, wenn die Voraussetzungen, die wir uns später noch ansehen, zutreffen. Jeder Haushalt und jedes Unternehmen wird zur Kasse gebeten und muss sich aktiv selbst melden, sobald die Gebührenpflicht einsetzt. Grundlage dafür ist das Rundfunkgebührengesetz. Es regelt, dass Geräte, die Rundfunktechnologien benutzen, gemeldet werden müssen. Vereinfacht gesagt muss damit jeder Haushalt in Österreich, der einen Radio oder einen Fernseher hat, eine Rundfunkmeldung haben. Zuständig für das Verwalten der Meldungen und das Inkasso ist die GIS-Gebühren-Info-Service GmbH, eine 100%-Tochter des ORF. Sie hat im Jahr 2020 933,5 Millionen Euro an Gebühren verrechnet und diese an Bund, Länder und vor allem an den ORF weitergeleitet. Die Gebühren pro Haushalt schwanken je nach Art der Meldung und Bundesland. Es gibt eine Meldung nur für Radio, die monatlich zwischen 6,31 Euro in Oberösterreich und Vorarlberg und 7,91 Euro in Burgenland, Salzburg und Steiermark kostet. Die andere Meldung ist die Fernsehmeldung. Sie schlägt monatlich mit 22,45 Euro bis zu 28,65 Euro zu. Die GIS-Gebühren bieten damit ein Einsparungspotenzial von bis zu 343,80 Euro jährlich, die jeder Haushalt bestimmt besser anzulegen weiß. Wie das möglich ist und gleichzeitig dem Gesetz Genüge getan wird, schauen wir uns jetzt an. Es gibt legale Möglichkeiten, eine Rundfunkmeldung zu haben und keine Gebühren zu bezahlen. Die Rede ist von der Gebührenbefreiung. Die Befreiung wird nicht automatisch gewährt, sie muss selbst beantragt werden. Am besten so schnell wie möglich, rückwirkend ist sie leider nicht möglich. Grundsätzlich muss der Antragsteller eine der folgenden Gruppen zugehörig sein. Arbeitslos, also Bezieher von Leistungen nach dem aktuellen Arbeitslosenversicherungsgesetz. Gehörlos, das sind gehörlose und schwer hörbehinderte Menschen. Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld. Wir sprechen hier vom Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld. Das Kinderbetreuungsgeld alleine genügt nicht. Leistungen aus öffentlichen Mitteln. Man spricht hier von der sozialen Hilfsbedürftigkeit. Es geht um Hilfsbedürftigkeit in der Grundversorgung, für Zivildienstleistende oder Rezeptgebühren befreite Personen. Mindestsicherung, also Personen in der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Pension, da geht es um Bezieher von Leistungen nach pensionsrechtlichen Bestimmungen, inklusive Waisen- oder Witwenpensionen. Pflegegeld, Bezieher von Pflegegeld, Studienbeihilfe oder Schülerbeihilfe. Personen, die Beihilfen nach dem aktuellen Studienförderungsgesetz bzw. Schülerbeihilfegesetz beziehen. Auf der Homepage der GIS gibt es einen Befreiungsrechner, der einen guten Überblick über den Anspruch gibt. Liegt mindestens eine dieser Grundvoraussetzungen vor, wird in einem weiteren Schritt das Haushaltsnettoeinkommen bestimmt. Es muss unter 1.154,15 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt oder 1.820,80 Euro für einen Zwei-Personen-Haushalt liegen. Für jede weitere Person erhöht sich der Richtsatz um 178,08 Euro. Abzugsfähige Ausgaben können diese Grenzen noch etwas erhöhen. Die Befreiung wird nur für natürliche Personen gewährt und nur für den Hauptwohnsitz. Sie ist immer befristet und kann aber bei weiterem Vorliegen der Befreiungsgründe verlängert werden. Zusätzlich zur Rundfunkbefreiung kann damit auch ein Zuschuss zur Telefonrechnung oder eine Befreiung der Ökoschumpauschale verbunden sein. Das notwendige Befreiungsformular gibt es bei Reifersenbanken und Gemeindeämtern in Papierform, bei der GIS im 4. Bezirk oder als PDF zum Download. Trotz Medienkonsums keine Meldung haben Die beste Möglichkeit ist immer noch die Vermeidung der Meldung. Allerdings müssen einige Punkte beachtet werden, um nicht gegen das Gesetz zu verstoßen, denn das möchte bestimmt niemand. Nicht meldepflichtig ist etwa, wer kein Rundfunkgerät besitzt. In diesem Fall kann man sich einfach zurücklehnen und braucht nicht aktiv zu werden. Sollte die GIS einmal telefonisch, per Post oder durch ihren Außendienst nachfragen, gibt es dennoch gesetzliche Auskunftspflicht. Mit der Angabe, dass es keine meldepflichtigen Geräte im Haushalt gibt, ist die Auskunft aber auch schon getan. Es soll immer wieder Menschen geben, die falsche Angaben machen, also ein Gerät haben und das auf Nachfrage verneinen. Wenn das glaubhaft erzählt wird, hat das für die meisten auch keinerlei Auswirkungen und die Sache ist damit ebenfalls erledigt. Diese Vorgangsweise ist aber natürlich nicht gesetzestreu und kann daher nicht empfohlen werden, da sie auch in einer Verwaltungsübertretung enden könnte. Ebenfalls nicht meldepflichtig ist es, wenn Radio oder Fernsehen über Internet empfangen wird. Der oberste Gerichtshof hat in einem Urteil aus dem Jahr 2015 festgestellt, dass der Empfang von Rundfunkprogrammen aus dem Internet mittels Computer nicht als Rundfunkdarbietung einzustufen ist und daher keine Gebühren- oder Programmentgeltpflicht besteht. Autoradios waren bis 2004 meldepflichtig. Meldungen werden seitdem nicht mehr im Zuge von Verkehrskontrollen kontrolliert. Ebenfalls nicht meldepflichtig sind Geräte außerhalb von Gebäuden, beispielsweise ein Radio in der Gartenlaube. Welche Geräte nicht gebührenpflichtig sind? Der Einfachheit halber wird diese Frage im Umkehrschluss beantwortet. Gebührenpflichtig sind alle Geräte mit Rundfunkempfangsmöglichkeit. Alle anderen sind es nicht. Dabei ist es unwichtig, wofür ein allfällig vorhandenes Rundfunkgerät tatsächlich benutzt wird. Das simple Vorhandensein und die Betriebsbereitschaft genügt bereits. Geräte mit Rundfunkempfangsmöglichkeit sind klassische Fernseher mit eingebautem Tuner, zu erkennen an der runden Antennenansteckmöglichkeit auf der Rückseite oder auf der Seite, Radios, Kabel oder Sat-Receiver, Tablets oder Computer mit TV-Karte oder TV-PT-Stick, ein UKW-fähiges Mobiltelefon oder sonstige Empfangsgeräte. Nicht-meldepflichtig sind daher PCs, Computermonitore, Smartphones ohne Radiomöglichkeit, Fernseher mit ausgebautem Tuner, Beamer ohne Tuner oder zum Beispiel Schallplattenspieler. Zusammengefasst, die Gebühren sind nicht von der Benennung des Geräts abhängig oder wozu es tatsächlich benutzt wird, sondern von der eingebauten Empfangsmöglichkeit. Im Bereich der Fernseher gibt es seit einigen Jahren Anbieter, die Fernseher ohne Tuner verkaufen. Diese werden speziell damit beworben, keine Gebühren zahlen zu müssen. Bekannte Marken sind Nogis, Krillit oder Kagis. Sie sind für den Empfang von Internet ausgelegt und tatsächlich können damit keine Sat-Kabel- oder Funkprogramme empfangen werden. Es gibt auch Dienstleister, die bei bestehenden Fernsehern den Tunern ausbauen oder unbrauchbar machen. Das machen grundsätzlich die meisten Elektrotechniker. Zu manchen muss der Fernseher hingebracht werden, andere machen Hausbesuche. Ein Unternehmen ist schon dadurch aufgefallen, dass es Workshops zum Selberausbauen anbietet. Preisevergleichen lohnt sich auf jeden Fall, denn sie können sich in einer Spanne von 80 bis zu 250 Euro bewegen. Allen gemeinsam ist, dass danach eine Bestätigung des Unternehmens ausgegeben wird, dass das Gerät nun kein Rundfunkgerät mehr ist. Dieser gilt es gut aufzuheben, da die Gis eventuell danach fragen könnte. Wer handwerklich geschickt ist, schafft den Ausbau vielleicht auch selbst. Grundsätzlich verlangt die Gis zwar nach einer Ausbaubestätigung durch einen Fachbetrieb. In der Praxis ist aber noch kein Fall bekannt, durch den ein Haushalt zur Zahlung verpflichtet worden wäre, weil der Tuner selbst ausgebaut wurde. Gut argumentieren zu können und auf seinen Standpunkt zu bestehen, zahlt sich oft aus. Im Rundfunkgebührengesetz ist es im Übrigen nicht vorgeschrieben, einen Nachweis griffbereit haben zu müssen. Es hält sich seit vielen Jahren das Gerücht, dass Autos mit Messgeräten unterwegs sind, um Fernseher aufzuspüren. Das ist definitiv falsch. Sehen sie nicht und waren sie auch nie. Vor vielen, vielen Jahren, als es noch Röhrenfernseher gab, gab es diese Überlegung. Umgesetzt wurde das aber nie. Aktuelle Geräte lassen sich auch weder messen noch sonst irgendwie drahtlos aufspüren und schon gar nicht einer bestimmten Adresse zuordnen. Wie findet die Gis nicht gemeldete Haushalte? Indem sie die Meldedaten aus dem zentralen Melderegister, die sie leider haben darf, mit den gemeldeten Haushalten der eigenen Datenbank abgleicht. Die weißen Flecken, an denen keine Rundfunkmeldung besteht, werden von der Gis heimgesucht. Das kann zum Beispiel in Form von Anfragen per Brief geschehen. Eine Person, die laut Melderegister dort wohnt, wird angeschrieben und an die Rundfunkmeldung erinnert. Diese Briefe werden als einfache Post versendet und kommen, was manchmal leider passieren kann, nicht beim Empfänger an. Daher hat es glücklicherweise keine Auswirkung auf die dortigen Bewohner, falls so eine Anfrage der Gis verloren geht. Eine nachweisliche Übernahme eines RSB-Briefs muss jedenfalls zeitnah beantwortet werden. In der Regel geht es dabei um ein Auskunftsbegehren. Vereinfacht gesagt fragt die Gis, ob es an der Adresse Rundfunkgeräte gibt. Darauf ist mit einem Kreuzchen bei Ja oder Nein zu antworten. Ja löst eine Rundfunkmeldung aus. Nein löst nichts aus, außer dass irgendwann wieder nachgefragt wird. Achtung! Auch wenn ein RSB-Brief nicht abgeholt wird, gilt eine Hinterlegung bereits als Zustellung. Es sollte daher in eigenem Interesse abgeholt und auch beantwortet werden. Nach einer Abmeldung kommt es auch vor, dass das Callcenter der Gis die ehemaligen Teilnehmer anruft, um nachzufragen, ob es wieder Geräte vor Ort gibt. Manchmal passiert es, dass diese Frage so gestellt wird, dass eine bestimmte Antwort sehr nahe liegt. Nicht verwirren lassen! Wer wahrheitsgemäß mit Nein antwortet, hat nichts zu befürchten. Ein Ja löst eine Rundfunkmeldung aus. Außendienst Der emotionalste Punkt für viele ist der Besuch des Außendienstes. Er hat ebenfalls die Aufgabe, die weißen Flecken zu bearbeiten. Außendienst bei der Gis ist wie jeder andere Vertrieb einzustufen. Die Mitarbeitenden sind daher bemüht, Erfolge, also Neuanmeldungen einzubringen. Das Brutto-Grundgehalt von 2.158 Euro auf Vollzeitbasis kann durch das Erfüllen von Zielen mit leistungsbezogenen Prämien aufgebessert werden. Das erklärt, warum es teilweise sehr ehrgeizige Außendienstler gibt, die sich manchmal aufdringlich verhalten und sich nicht leicht abwimmeln lassen. Wird ein Haushalt persönlich besucht, ist dabei allerdings genauso vorzugehen, wie bei einer telefonischen oder schriftlichen Anfrage. Es besteht Auskunftspflicht und ein Ja löst eine Rundfunkmeldung aus und ein Nein löst nichts aus. Nach dieser Auskunft ist der Besucher freundlich, sofern er sich auch freundlich verhalten hat, zu verabschieden und die Sache ist damit erledigt. Keinesfalls sollte man sich zu etwas drängen oder gar nötigen lassen. Der Mitarbeiter darf fragen, ob man ihn einlässt, das kann aber verweigert werden. Bleibt die Person hartnäckig, gilt in kein Gespräch verwickeln lassen. Tür schließen und der Mitarbeiter zieht von selbst. Tut er das nicht, kann ruhig die Polizei gerufen werden. Rechtlich ist der Außendienst nicht anders gestellt als ein gewöhnlicher Vertreter. Er hat keine besonderen Befugnisse. Das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass ein schriftliches Auskunftsbegehren folgt. Siehe den vorhin beschriebenen RSB-Brief. Für den Fall, dass tatsächlich auf eine Rundfunkmeldung vergessen wurde, fordert der Außendienst gerne sofort zur Meldung auf. Hier gilt, keine Haustürgeschäfte. Die Meldung kann auch später erbracht werden und muss nicht sofort und auf der Stelle passieren. Egal, was die Person vor der Tür erzählt. Nichts unterschreiben ist der wichtigste Punkt. Abmelden Eine Abmeldung ist immer mit Ende eines Kalendermonats möglich. Wichtig dabei ist, dass das Formular spätestens am letzten Tag des Monats bei der GIS eintrifft. Es muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein. Übermittelt werden kann es per Post, per Fax oder per E-Mail. Das Abmeldeformular selbst kann, wie das Befreiungsformular, abgeholt oder runtergeladen werden. Nicht vergessen, bei Punkt 4 beide Kästchen, also das Kästchen für Radio und für Fernsehen anzukreuzen. Sonst könnte passieren, dass nur Fernsehen abgemeldet wird und Radio weiterhin bezahlt werden muss. Obwohl gar kein Radiogerät vor Ort ist. Die GIS versucht, Rundfunkmeldungen zu bekommen und diese zu halten. Das zu erreichen, wird aber immer schwieriger. Nicht nur, weil sich die Zeiten geändert haben, der Medienkonsum sich immer mehr Richtung Internet und Streaming verlagert und damit auch klassisch lineare Fernsehprogramme an Beliebtheit abnehmen. Auch, weil die Popularität und Unabhängigkeit des ORF immer mehr angezweifelt wird. Noch dazu kommt, dass in Europa nur noch die Schweiz höhere Gebühren als Österreich hat. In Österreich wird sich eine neue Form der Finanzierung etablieren. Das ist nur eine Frage der Zeit. Bis dahin sollten alle legalen Wege in Anspruch genommen werden, diese Gebühr zu umgehen. Das war's. Teil den Beitrag gerne mit Personen, die von diesen Infos profitieren könnten. Viel Spaß beim Ausgeben oder Investieren der ersparten Gebühr. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.